Und die Damen haben ihr Geschäft gut zum Abschluss bringen können? Ach ja, wir sind ganz froh, diesen dicken Brocken aus dem Weg geräumt zu haben. Um jetzt endlich ein bisschen zu relaxen. Einfach mal alles ablegen. Alles ablegen? Ja! Sandra? Würden Sie uns bitte entschuldigen? Ah, verstehe. Sie wollen schon mal vorgehen aufs Zimmer, ja? Nein, wir wollen eigentlich nur auf die Toilette. Ah, müssen Sie aber nicht. Ich habe eben schon eine Packung gekauft, hä?